jetzt werden die kühle doch allen ernstes fast durch so ein scheiß busch gestorbene dornbusch hier ja ja oh man lebt der zombie noch naja ist die sport okay es war auf einmal so ruhig hier okay meine freunde wir sind fast da haben den fluss erfolgreich überquert ein paar kleine holen sind jetzt habe ich hier im busch das kluggäste bringen sie in ihren tischen auch eine aufrechte position bitte bringen sich jetzt noch mal in eine aufrechte position das hast du denn gemacht kommt sondern ein zeug wieder dran oder ist das jetzt irgendwie okay das war eine coole schwimmpathie alex habe gesagt machen freischung wurde höchst du doch mich traue ich mir eichenholz eichelholz ja aber ich sehe auch gerade auf der minimap da sind bienen um euch rum die werde ich noch mal snacken müssen wie ihn ist dafür jetzt lässt auch da mal rennen hier meine güte einer namen anderen kommt er ja 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 kommt ein dicken viecher los einer namen anhand jawoll dicke viecher die geben wir gleich dicken vier glaube ich auch rein hier los sind halt immer noch an dem turm dran gut dann machen wir uns jetzt mal auf die suche nach einem bienenstock meine güte geht gar nicht anders macht das mal weil so lange kann das ja nicht dauern dass ich jemand bienenstock finde oder auf der anderen seite ich habe jetzt wir sind hier mitten in einem großen dschungelgebiet aber ich habe noch keinen ort herumlaufen sehen ich glaube ich habe einen gefunden es ist ein komischer pilz wie sollst du zwei boote bei dir stehen weil ich von mit einem gekommen bin und ein stand noch und alex hat eins dahingestellt ein geschenk bestimmt das würdet sein jetzt brauche ich ein eimer dazu muss ich erst mal wieder farm gehen muss ein wenig eisen fahren das hat relativ schnell zusammen das eisen aber für brauchst du das alles ich brauche ein wasser einmal habe ich vier stück oder so das habe ich ihn gesagt bei eisen 15 war doch das lerne das war ein eisen findest du relativ schnell schon mal gucken wo ja wieso ist hier ein pickel in dem wasser wir können manchmal so sparen das ist doch doof hier ist ein schwein übrigens wenn du das noch brauchst zwei schweine sogar hier du hast mir gerade ein foto von dodo geschickt wo er keine ahnung 17 oder 18 ist naja furchtbar da ja warum hatten der zombie im bart also ein knochen im maul das heißt er ist ein bisschen stärker als der rest muss aufpassen als schon tot hat nicht wirklich viel ausgehalten ich habe tatsächlich jetzt schon meinen ersten beehive besiedelt alter wie geil junge wie geil heißt ich habe jetzt unbegrenzt honig sehr gut so langsam müsste ich mir aber auch mal verzauberungstisch zulegen glaube ich macht hat meine 33 level mittlerweile wenn ich nicht verlieren wird sollte ich langsam mal nutzen ach du scheiße da was ist denn hier los kohle 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 gesundheit heiß das was hot er kommt doch ja ja was willst du zombie schlägerei anzetteln oder was alter was ist denn das hier was denn ich bin der richtige unter wasser kluft gefunden bringt mir nur nicht viel alge 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 alles meine alge was machst du denn unter dem boot die ist im boot ja da kann da kann gefühlt jedes tier ein so ein trottel manchmal sind die bienen ein bisschen behindert ja dann bleiben die nämlich im feuer stecken dann brauchst du denken musste den kleinen anschubs geben ansonsten bleiben bleiben sie da einfach fliegen warum man wegen die sind immer weg hast du auch jetzt angebaut ja falls du mal gloves finden solltest die heißen einfach nur gloves na ja sagen wir bescheid okay die würde ich dir sogar in diamanten bezahlen so wir müssen dann demnächst eisen wieder fahren weil wir also hat er noch nie so viel eisenmangel das ist schon mal der falsche stein gewesen das kommt dann später auch noch weg das kommt eigentlich dahin